Willkommen zu Neuntum spielt ein neues spiel diesmal ist es klicken mal auf accept accept diesmal ist es DC dual forces und wir melden uns mal an ein neues account ich habe keinen account er will jetzt hier einen code haben die Master wollte ich auch mal ein bisschen runter drehen kommt da noch mal eine Mail an so code kam dann doch irgendwann aber der ist so lang den sollte man wohl besser nicht abtippen jetzt lädt er und lädt er und lädt mal schauen ob es so viel anders von Snap ist oder ob es sich wieder an anderen Sammelspielen orientiert was mir im Laden dauert was mir im Laden dauert исторischer Lesel Was mich schon mal stört, neben der relativ langen Ladezeit, ist, dass das Spiel nicht für mobile Geräte verfügbar ist. Aktuell gibt es das auf Steam und auf Epic. Und das war es anscheinend. Oh, da muss man jetzt mal gucken. Ja, zeig mir mal, wie ich navigiere. Hm, sieht aus, dass wir diese Lung-Tour kurz kümmern müssen. Komm mit mir, wir haben die Universität von uns. Ah, ja. Keine Navigation, sondern gerade mal spielen. Batman im Einsatz. Gotham City. Ah, Solomon Grundy. Na komm schon. Noch mehr Ladezeit. Ich hab 10. Rampage endet jetzt, Grundy. Und er hat 12. Mhm. Mhm. Ja, das ist üblich, ja. So viel Schaden, so viel Gesundheit. Let's play Robin anywhere on our side of the Batlefield by dragging him to open space. Um, let's play Robin anywhere on our side of the Batlefield by dragging him to open space. Recruit should your play exhausted, so they won't be able to attack on a turn you play them. For now, we'll have to wait On their turn, your opponents will play Recruits to their side of the battlefield Robin is ready to attack Drag him to attack Manbat or Solomon Grundy directly Great job Now let's give Robin some backup by playing Batgirl Playing Recruit in that space will override your current Recruit Let's play it in an open space instead Okay, ich hab nur 5 Blitzer We can't attack Grundy with a recruit in the way We'll have to take down Clayface before we can let's stop to Grundy So Ouch Der Kroch ist in Ordnung. Wir spielen Green Arrow zu K.O. Kroch, damit wir die Gründy auszudrücken können. Das ist meine Stadt. Niemand schreckt Gotham auf meine Seite. Spiel vorbei, Gründy. Das war der Ende von Sullivan Dryden. Also bisher sehr gewöhnlich. Mit ein bisschen Positionierung. Mal sehen, ob das jetzt noch erklärt wird. Das war's. Danke für die Hilfe, Gründy. Aber be careful. Gotham ist mit Monster schwerer als das. Wo waren wir? Genau. Die erste Sache, ich möchte Ihnen zeigen, ist, wie es die Kontraste gibt. Oh. Die Nachrichten kommen, dass Joker und Lex Luthor wurden mit einer gefährlichen Maschine in der Stadt. Ach... A hero's job is never done. Before we try to take on two powerful villains, it may be a good idea for us to call backup or our own. Dr Queenzell, in limited its zu Hause. Hardly. No, I don't think you're the guy in the backup I had. Yeah, yeah. I've got my backup. Ok Dann Ich glaube nicht. Wir sind hier, um ein Ende zu setzen. Hallo, Bats! Hallo! Was machst du hier? Willst du mich? Sorry, ich kann euch nicht nur ein Dorn sein lassen. Wir haben ein unglaubliches Gespräch. Oh, ihr solltet ihr nach Hause gehen. Jaaa... Hmmmm... Gut, für so ein Spiel erwartet man eigentlich auch jetzt nicht so eine tolle Story. ...und tolle Dialoge. the joker like smithor are working together we'll have to defeat both of them to win this battle Luckily, we have backup as well. Cards was this cost required to spend a resource to play them. Robin will have to wait until next turn. That's the spirit, Baldi! Our resource from last turn has replenished, and we've gained a second one. We can play both our recruits this turn. Mmm! Up! Our resources has been upgraded to soldier. We can spend it to play Nightwing. Hey! You can pay for that! Woah! Let's go! Yeah! Looks like we've drawn two bronze cards. Even though we don't have any bronze resources, you can always use a higher tier resource to play a lower cost card. We can use our silver resource to play either card. Ouch! Hey! What's up here?! What's up here?! What's up here?! This is bad. Brain Hacks forces are overwhelming us. One of our silver resources upgraded to gold. From this point forward, we'll have silver and gold resources to use each turn. I'm going to give it to you to take down the enemy leaders. You got your trust in time, cyborg. Okay. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Das war jetzt nicht alles schwer. Wie gesagt, bisher ein relativ einfaches Konzept mit ein bisschen Positionierung und kann nicht viele Karten draußen haben, aber das kann man bei Hearthstone zum Beispiel auch nicht. So, diesmal 3 oder nur 2 oder wie oder was? Mal gucken! Ah, es geht weiter. Ja, 2. Okay. Okay. Once they accumulated enough charges, you can spend them to activate that leader's ability. Activating Superman will give him 7 power and make him invincible for the turn. When I'm invincible, they can't be damaged or KO'd by enemies. Oh, good. Every leader's charge ability is unique, so make sure to investigate each one, including our enemies to seek their kingdom alive. Das ist heftig. Was ist das? Okay. Das da? Mehr kann ich nicht. Okay. Der muss weg. Mein Gadget ist frei, pick one to add to your hand. In addition to the Gadget, I can also attack this turn, just like our recruits. Okay. 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 You should be using the K.O. Giganta. Stand back. Okay. 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 Das schickt leider nicht. Okay. 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 Das ist alles relativ einfach. Das auch. Was ist Hunter? Was Hunter ist, weiß ich immer noch nicht. Jetzt habe ich ein Poster-Pack gekriegt. Das ist ein Poster. Hier, du kannst durch alle Karte, Karte, Karte und andere Karte. Du kannst sehen, wie viele Karte und Karte gibt. Die Karte sind hier. You'll need to open your packs for us to see what's next. And from this screen, you can open your packs and track the pack in the signature area. The cards you gain from packs will be automatically added to your collection. So... Is that really well? Okay. You probably know me. Welcome to your clutch. This is where you go when you want to build a new deck. Or make changes to an existing move. Or just browse the cards that you want to buy. This is the deck screen. You use all your decks to select your new decks. Will allow you to begin modifying. Oh, and feel free to rename your deck. Sour is the best. If you want to. Ha ha! Cool! Welcome. Okay, let's go to the next one. Okay, let's go to the next one.